Oh, zwei Atlantos. Grüße und willkommen zurück zur neuen Folge. Heute ist Tea Time bei uns, wie ich gerade gehört habe. Wir fahren drei Briten, dreimal Nebel. Einmal Räutern. Mal sehen, was draus wird. Wir gehen vermissen die Atlantos raus. Alle Schiffe aus, das ist jetzt nur, nicht bloß die Atlantos. Genau, und alle Pinkies auch. Die La Galissionär im Gegendateam, Teamkiller und bei uns die Galissionär. Sind die vom Sägen klar? Ne. Bei wem ist es so. Oh, ich fahr nach C. Ich fahr nach C, ich fahr nach C. Ja, komm, fahr mal nach C. Yep. Oh, ich hab schon mein Automatikfeuer an. Mal ganz kurz schnell noch was machen zum Smoken dann. So. Ach, und kick der an, ne Gede hier. Ein Charb 25. Äh, 225. Das ist die Art von seinen Kills, bis er die Gede-Karte hat. Ja. Alter Sammo. War aber ein super Streifschuss, wa? Ja. Ja. An deiner Steuerbordseite vorbei geballert. Ob sind auch gleich ready. Oh, ja, das war auch knapp. Fast durchs Schiff durch der Nebel. Ja, das auch. Naja. Küsst mir ruhig alle auf mich. Auf nach Britannia. Hm. So, die Belfast nehmen wir zuerst, oder die Gede? Falls die Gede nicht nehmen möchte. Uff. Achtung, Wammu. Oh, die ist Akazuki schon. Die wird sich jetzt geil freien. Alter. Die geht jetzt nicht freien. Ja. Finde ich immer cool. Die wird sich mal gleich freier. Oh, die bleibt stehen. Die freiert. Die freiert sich. Seid ihr soweit? Ja, ja. Ich bin ready. Ich bin schon am Feuern. Kling, klong, kling. Der denkt sich auch. Ja. Fuck. Fuck. Ja, wer so Rind fährt. Und den auch rückwärts fährt. Oh, der ist nach Atlanta. Radar. Mein Radar ist aus, aber ich bin entdeckt. Zack. Da ist noch ein Kongo. Du musst 20 Sekunden jetzt überleben. Egal wie. Ja, das war die Kongo. Alles klar. Ja, jetzt bin ich zu. Hihihi. Hallo. Eine Minute läuft. Ich bin entdeckt. Also ist die direkt vor mir. Du musst direkt vor mir sein. Ja, da ist sie. Ja. Da ist sie. Ja. Da ist sie. Jawohl. Und die Emerald hinterher. Ja, ich muss aber erstmal den Level zünden. Oh ja. Und darf nicht schießen. Ja, mach das. Ich bin ja auch gerade hier raus. Oh, ich bin jetzt mal zu. Na toll. Ich darf ja nicht schießen auf die Emerald, schon geh ich auf. Schieß einfach mal. Jetzt kann ich schießen. Jetzt kann ich schießen. Oh scheiße. Ja. Das war die Kongo. Er hat mich hier kommen gehört. Ich sehe auch nichts mehr. Ja. Ich bin aber nicht gut. Wir haben C jetzt gleich erobert. Ja. Dann hau ab. Ich habe in 80 Sekunden erst wieder Radar. Warte mal Torpedos hier auf die Kante hauen. Warte mal. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nee, noch nicht. Mach das, wenn du kurz aufgehst. Dann machst du auch die Scharen aus auf. Ich habe aber Gas. Ja. Hier wäre er dabei. Auf Flieger. So, da ist sie. Jetzt kannst du auf Torpeden. Jetzt müsste es sein Gewehr zu sein. Brennt. Da bin ich auch wieder das Flieger. Da bin ich auch wieder das Flieger. Oh, ich bin schon wieder entdeckt. Schiff. Ja, ich auch. Aber ich kann jetzt nichts machen. Ja. Jetzt bin ich wieder zu. Hoffentlich kannst du dir helfen. Ja, wieder offen. Ich bin auch auf. Ich bin schon scheiß Flieger. Markiert ist er. Ich kaufe jetzt auf die Scharen aus. Das sind so wenige. Ja, ich haue hier auch schon drauf. Oh, fuck. Oh, Ruderm. Ich habe in 37 Sekunden wieder Neville. Oh, Gehle. Warum haust du gar nicht ab? Du musst jetzt Platz schießen. Gehle, bleib ich einfach. Was macht der? Was macht der? Der kommt doch schon. Der fahrt rückwärts. Der hat rausgeturbt. Ich bin zu. Der hat sich rausrammen lassen. Ich bin schon wieder offen. Ja, ja. Moment. Ich hab Neville. Pardon. Ich ziehe extra rum. Da kann ich nicht durchfahren. Dann hau man ja nicht ab. Weil wir sind schneller wie die. Bin raus. Ach, Mann. Mann. Ja, ich weiß nicht, was die jetzt waren. Na ja, ihr könnt doch nicht warten. Was willst du machen gegen drei Battleschippe? Hallo? Hm. Ich kann es noch beschießen. Ja, mach doch. Setz ja dann wenigstens auch immer zurück. Kannst auch leicht angewinkelt fahren, ne? Dass du auch mal deine gesamten Geschütze benutzen kannst. Na gut. Das ist eh. Radar ist rum. Ich sehe sie jetzt eh nicht mal. Aber ich bin weg. Aber wir hätten da glaube ich gar nicht wirklich Rindfahren brauchen. Also nach dem Eindruck gleich weg. Ja, guck mal was. Was und sie machen. Die stehen sich da um die Insel rum. Bei C. Ja, drei Stück. Drei Stück. Ja. Wir hätten da gleich weg. Also wir konnten jetzt nicht halten. Quatsch. Wie willst du das halten? Gegen Kongo? Äh, zwei. Schon hast. Und in New York war auch noch bei uns. Genau. Wenn ich das schon wieder sehe. Hier eine Kongo schießt hier mit H.E. Da wäre die. Der wäre das. Nee. Ist doch wohl nicht wahr. Wie kann man so dumm spielen? Alter Schwede. Ja, du hast die Einschaden hast. Aber ich kann jetzt mal was Schwede. Ich muss was machen. Weil die schießen alle hier H.E. Was soll denn das? Sobald ich schieß bin ich eh offen. Dann ballern die eh auf mich. Alter. Egal. Ich hoffe du kannst löschen. Nein. so macht man nitte so wird man aus dem spiel noch mit ap und nicht mit he du fohl du mann no meter nee in wunder dass man hier laufen oder verliert hier weil die idioten mit ihren schlachtschiffen schießen nicht auf kreuzer ja alter gott hier schuldig wenn ich will fast torpedos egal werben wir hab drei schiefe rausgehen und 60.000 schadens passt die new york hat sie ja nicht mit dem christ an new york gerade oder new york und die knall sagt er war ziemlich spät die schauen hast mein heißen dies um die insel ja ok ich würde sagen sind nächstes mal wenn so was wieder ist außerhalb vom cab bleiben dass wir hinter den so gleich abhauen können gucken notfalls muss man c auf jedem die gefahrer ja ich mach dir immer mal mit radar auf ae flugzeug entdeckt bei diesen beiden die runde verloren die runde ja klar ich bin die letzte ja ja die letzten fressen die hunde egal oder die scharnhorst bin ja zum glück nicht dran und mit schiff aus ja oh gott richtig hoch noch dass sie wollen oh Gott. Der hat viel los. Ah, die ist kein Tromps. Töte, die sich versäht, schon mal so. Der war schumm. Raming speed und hoff. Stur Kopf. Rittisch. Ja, ohne Worte, die Runde war. Ja. Dann sagen wir trotzdem Ciao. Ja, auf Wiedersehen. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird es besser als ich es versprochen. Ja, also alle Runden dazwischen nicht aufnehmen, ne. Doch, die ist schon so Action. Okay, ciao, ciao. People coming back up. Okay. Mhm. W